Hallo zusammen! Stellt euch mal eine Sekunde lang eine Welt ohne Videokameras und Smartphones vor. Ja, das Leben wäre definitiv um einiges langweiliger. Keine seltene Aufnahme eines Flugzeugs, das nur wenige Meter von einem Wolkenkratzer entfernt fliegt. Oder ein Video, in dem ein Stolperner Schimpanse die Drohne zu Fall bringt. Moment, was? Schauen wir uns einfach unsere neue Videoswahl an und finden heraus, was da los ist. Lasst uns loslegen! Wahrscheinlich gibt es bei jeder größeren Musikveranstaltung Sicherheitsleute. Du weißt schon, diese ernst reinschauenden, schweigsamen Typen, die irgendwo am Rande stehen. Aber sie wollen auch Spaß haben. Dieser Typ beschloss sich zu entspannen und begann mit einem Festivalbesucher zu tanzen. Auch seine Freunde machten mit. Remix! Am Ende tanzten alle, bis auf einen verärgerten Wachmann. Anscheinend war er derjenige, der das Sagen hatte. Ein Moment der Ruhe gefährdet sicherlich nicht die Sicherheit, aber die Chefs würden eine so ungewöhnliche Leidenschaft für das Raven kaum zu schätzen wissen. Biologen aus dem Burger Zoo beschlossen, Schimpansen mit einer Drohne zu beobachten, doch am Ende wurden sie selbst zum Objekt der Forschung. Das Gerät wurde sofort von einem einzigartigen Luftabwehrsystem abgeschossen und dann... Oh, hi! So hat wohl der Aufstieg des Planeten der Affen begonnen. Nun, jetzt haben die Affen eine Kriegstrophäe. Die besten Köpfe der Affenwelt analysieren das seltsame Gerät. Wir wissen nicht, was ihr Plan ist, aber wir hoffen wirklich, dass sie nicht eine neue Superwaffe erfinden werden. Stell dir vor, du arbeitest in deinem Büro und siehst dann plötzlich das hier vor dem Fenster. Ist wahrscheinlich vor seinen Augen vorbeigezogen. Wenn so ein Koloss vorbeifliegt, vergisst man leicht, wie geschickt Militärpiloten eigentlich sind. Tatsächlich hat die Crew alles unter Kontrolle. Was wir gesehen haben, ist Teil einer kleinen Luftparade in Australien. Während wir allerdings die Büroangestellten, die ein riesiges Flugzeug so nah vorbeifliegen sehen, würden wir trotzdem über einen Wechsel des Arbeitsplatzes nachdenken. Was weißt du über Glück? Du kannst diesen NHL-Kommentator danach fragen. Der Puck flog buchstäblich ein paar Zentimeter von seinem Kopf weg und traf die Kamera. Werfen wir nochmal einen Blick auf diesen knappen Treffer. Er konnte diesen Schlag definitiv nie vergessen und diesen Tag für den Rest deines Lebens feiern. Im Gegensatz zu Menschen lassen sich Tiere nie in Schwierigkeiten stecken. Dieser Hund ist schon in Eile, um seinen Freund zu helfen. Okay, vielleicht sind Hunde doch nicht so niedlich, wie wir immer dachten. Anscheinend spielen sie unsere Haustiere auch gegenseitig Streiche. Aber wir hoffen, dass es dem Hund gut geht. Wir alle kennen das Geräusch, das Frösche in den Sumpfen machen. Aber hast du dich jemals gefragt, wie die Tiere aussehen, wenn sie singen? Nun, das wirst du jetzt sehen. Wir wollen nicht lügen. Wir wussten auch nicht, dass der Paarungsruf dieser Amphibien so episch aussieht. Wenn sich alle diese Jungs an einem Ort versammeln, können sie ein kleines Erdbeben oder ein Mini-Tsunami verursachen. Natürlich ist es besser, unsere Theorie nicht zu testen, sondern einfach die schönen Geräusche in der freien Natur zu genießen. Jeder braucht einen gesunden Lebensstil, unabhängig von Rasse, Geschlecht und Spezies. Nun, offenbar hat sich dieser Hund das Motto Sport für alle zu sehr zu Herzen genommen. Eigentlich sollte dieser findige Sportler gelobt werden. Statt sich die Pfoten in einer Pfütze schmutzig zu machen, läuft er ruhig auf einem Laufband. Das Prädikat braver Junge hat er sich wirklich verdient. Musiker sind in der Regel coole Typen. Aber dieser Schlagzeuger scheint sie alle übertroffen zu haben. Sein Name ist Tommy Lee und er kann Schlagzeug spielen und gleichzeitig eine Endlosschleife machen. Jeder, der schon einmal auf einer solchen Attraktion war, weiß, dass es wirklich schwierig ist, auch nur die Hand zu heben, wenn man auf dem Kopf steht. Und dieser Kerl spielt einen schwierigen Part mit perfektem Tempo. Bei einem anderen Konzert wurde ein ganzer Achterbahnabschnitt für ihn geschaffen, in dem sich das Schlagzeug um 360 Grad drehte. Beeindruckend, nicht wahr? Alle Zeitraffer-Videos sind schön, aber selbst unter ihnen gibt es wirklich Länge derer. Wie diese Aufnahme einer Ebbe. Zunächst scheint nichts zu passieren, aber mit jeder Sekunde fließt mehr Wasser zurück ins Meer. Werden alle diese Boote einfach auf dem Grund der Bucht liegen? Offenbar können es sich die einheimischen Segler leisten, das Boot direkt auf dem Sand liegen zu lassen. Obwohl dies ein recht effektives Anti-Diebstahl-System sein könnte. Kaum jemand, der bei Verstand ist, würde das Boot ins Wasser schleppen wollen. Du erinnerst dich wahrscheinlich an eine Maschine mit einer Metallklaue, die dazu diente, Spielzeug zu bekommen. Dieser Schummelroboter gab das Spielzeug immer erst im letzten Moment frei und raubte uns viele Nerven. Die Chinesen waren wieder einmal allen voraus und kamen mit einer verbesserten Version der Attraktion, bei der ein lebender Mensch als Kralle fungierte. Sind unsere Träume endlich wahr geworden? Es scheint die Zeit gekommen zu sein, sich zu rächen und endlich ein paar Preise mitzunehmen. Dieser Typ hat es geschafft, eine ganze Menge Snacks aus dem Pool zu holen. Und das wird dir sicherlich auch gelingen. Nein, eure Augen täuschen euch nicht. Das ist wirklich ein Kerl in ehrwürdigem Alter, der fröhlich und unbekümmert schaukelt. Aber das Interessanteste kommt erst noch. Flip, na, wie gefällt euch das? Eine Sekunde lang gedacht wir auch, das sei ein Editing, aber das ist es nicht. Wir sind uns sicher, dass nicht jeder in diesem Alter in der Lage ist, ein Rückwärtsalto so einfach auszuführen. Anscheinend war dieser ältere Mann früher ein Akrobat oder Stuntman und jetzt hat er beschlossen, sich an seine Jungjahre zu erinnern. Und es ist ihm nicht peinlich, dass er von Kindern umgeben ist. Dieser Mann bleibt immer in Kontakt mit seinem inneren Kind. Ihr wollt in eine andere Stadt ziehen, aber habt keine Lust, euch von euren Geliebten zu Hause zu trennen? Kein Problem, nehmt es einfach mit. Ja, eine solche Aktion kostet eine Menge, aber Erinnerungen sind wertvoller als jedes Geld, wisst ihr? Die Frage ist, sind wir die einzigen, die sich fragen, wie sie es geschafft haben, ein ganzes Haus auf diese Plattform zu stellen? Immerhin ist es ein riesiges Bauwerk mit Fundament, Verkleidung und schweren Böden. Das Wichtigste ist, dass die Besitzer des Gebäudes es am Ende des Weges nicht Stein für Stein wieder zusammenbauen müssen. Wenn wir sagen, dass China ein dicht besiedeltes Land ist, meinen wir, dass dort wirklich viele Menschen leben. Und zwar sehr viele. Und aus irgendeinem unbekannten Grund bewegen sich die Chinesen sehr gerne im Takt. Seht euch das einfach an. 36.000 Menschen auf einem Platz. Es ist definitiv besser, sich nicht mit diesen Typen anzulegen, denn die einheimischen Schulkinder können Kung-Fu, laufen in einer Formation und nehmen am Sparing-Teil. Anscheinend wissen die Jungs nur noch nichts von TikTok, Fortnite und anderen Hobbys modernerer Teenager. Breite Wasserströme, schäumende Stromstellen und ein endloser Regenbogen. So sehen die Niagara-Fälle in ihrer ganzen Pracht aus. Doch in diesem Winter konnten Touristen ein faszinierendes und seltenes Phänomen beobachten. Aufgrund des starken Frostes waren die Fälle teilweise mit Eis bedeckt. Dies passiert einmal alle paar Jahre und hunderte von Einheimischen kommen, um die beeindruckende Szene zu genießen. Du kannst auch den Regenbogen zur gleichen Zeit sehen, sodass die Bilder von Niagara noch erstaunlicher werden. Übrigens ist der Wasserfall erst im Jahr 1848 komplett zugefroren. Es ist also an der Zeit, den alten Rekord zu verbessern. Ein Pool ist eine universelle Sache. Denk nur daran, was du darin alles machen kannst. Das heißt, schwimmen, Wasserwald spielen, Partys feiern und auch Feuerwerk-Kubschrauber können darin Wasser sammeln. Ja, vielleicht ist das eine Szene, die man nur einmal im Leben erleben kann. Aber stell dir mal kurz vor, wie praktisch das für Retter ist, die irgendwo in der Nähe ein Feuer löschen müssen. Wir möchten gerne hoffen, dass alle Urlauber im Voraus aus diesem Pool geworfen wurden, sonst könnte eine ziemlich kuriose Situation entstehen. Es stellt sich heraus, dass auch Stühle uns überraschen können. Ihr glaubt uns nicht, diese Jungs beschlossen, ein Experiment zu machen. What? Natürlich ist das nicht gut genug für einen Nobelpreis, aber es sah trotzdem ziemlich beeindruckend aus. Wer hätte gedacht, dass Klappstühle theoretisch Fallschirme ersetzen können? Wir denken, dass die NASA nun definitiv einen neuen Prototyp der Abstiegskapsel haben wird, auch wenn wir Zweifel an der Sicherheit haben. Wenn es um Sport geht, kann jeder daneben schießen. Aber das Ziel mehrmals zu treffen, ist etwas, was nur ein echter Profi kann. Aber was ist, wenn es darum geht, zwölf Strikes hintereinander zu erzielen? Sogar alle Pins nur ein einziges Mal zu treffen, kann knifflig sein. Aber dieser Typ scheint eine Art Geheimnis zu kennen. In 89 Sekunden hat er 300 Punkte erzielt und damit einen Weltrekord aufgestellt. Die Reaktion des Kerls ist unbezahlbar. One time! Yeah! Nein, im Ernst. Er dreht die Kugeln so, dass sie immer die Mitte treffen und alle 10 Pins umwerfen. Vielleicht haben diese Bälle eine Art fortschrittliches Autoleitsystem. Warum haben sich all diese Leute umarmt und standen im Kreis direkt im Pool? Wir sind nicht die einzigen, die neugierig geworden sind. Und dieser Leguan beschloss ebenfalls herauszufinden, worüber diese Leute redeten. Lachen, Schreie, spritzendes Wasser. Mit einem solchen Empfang durch die einnahmischen Touristen hat das Ziel sicherlich nicht gerechnet. Wenn wir die Eidechse wären, wären wir beleidigt über die Art und Weise, wie die Leute reagiert haben. Nun, wenn eure Party nicht so aussieht, macht euch nicht die Mühe, uns einzuladen. Warte mal eine Sekunde. Willst du verrückte Geschichten aus dem echten Leben hören? Nichts Irrdes. Nur Action. Nur Abenteuer, Jagden und Kämpfe. Liebesgeständnisse und plötzlicher Betrug. Du glaubst uns nicht? Folge dem Link und schaust dir selbst an. Unser Animationskanal Persönliches Tagebuch enthüllt die dunkelsten Geheimnisse. Vergiss nicht zu abonnieren. Untertitelung des ZDF, 2020